Hallo und Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Feuer Emblem 8, The Secret Stones. Beim letzten Mal haben wir die Schlacht abgeschlossen, fand ich das mal. Und wir müssen jetzt dem Prinzen helfen, weil er sich in Gefahr befindet. Ja, um es ganz einfach auszudrücken. So, Items habe ich beim letzten Mal schon satiert, das heißt, wir können direkt weitermachen. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Karnion hat Vrelia betrogen und sich auf Quadros Seite geschlagen. Karnions Truppen halten Prinz Inus auf und verwehren ihn in Zugang zu Janana. Soldaten besetzen die Straßen vor und hinter ihm. Er scheint in einer aussichtslosen Situation gefangen zu sein. Erika eilt dem Prinzen zu Hilfe. Oh, okay. Wir wollten Kasanio. Okay, das ist das 10. Kapitel. Schon wieder hier im Borki und in 10. General Klern von der Imperialen Armee, Quadros. Auch bekannt als Sonnstein. Ja, eure Befehle. Nehmt den Anführer der Rebellenarmee in Karnion gefangen. Bringt mir Erika. Erika. Meint ihr die Prinzessin von Rhenais? Erika ist in Karnion eingedrungen. Sie hat die Bewohner von Port Kyrrhus massakiert. Alter, was passiert denn für Mist? Das ist gar nicht wahr. Danach entkam sie in den Süden. Klen, geht. Vernichtet die Rebellen, die Karnion verwüstet haben. Verstanden, Sir. Was hat der Imperator gesagt, Bruder? Wir wollten befolgen die Prinzessin von Rhenais zu töten. Kormark, ich möchte, dass du hier in der Hauptstadt bleibst. Ich werde allein gehen. Wenn du es so verlangst, Bruder, dann soll es so geschehen. Aber du lässt mich in Sorge zurück. Sag nicht, du machst dir Gedanken drüber, gegen die Prinzessin eines gefeilenden Landes zu kämpfen. Hm, ich könnte dir noch nie irgendwas verheimlichen, kleiner Bruder. Du hast recht, diese Pflicht lastet schwer auf meinen Schultern. Schwerer noch als jede andere. Sag mir, Bruder, kennst du diese Prinzessin? Ja, als Rhenais und Poirou sich noch nahe standen, traf ich auf das Mädchen. Ich sah Eirika nur einmal. Wir sprachen kurz, aber ich konnte fühlen, dass sie eine Frau von großer Güte ist. Ich bringe es nicht über mich, zu glauben, dass Prinzessin Eirika schlecht ist. Ich kann es einfach nicht. Klen, der Imperator hat es bevor ihn. Und da liegt der Haken, Kormak. Genau darum geht es. Sein Majestät hat in all der Zeit, in der ich ihm gedient habe, kein einziges Mal eine Unwahrheit von sich gegeben. Und als Diener des Imperiums verlangt, ist es meine Pflicht, dass ich mich seinen Befehlen beuge. Aber ich sehe keinen Grund zu glauben, dass Prinzessin Eirikas Herz nun weniger sanft in sich bergen sollte. Oh nein, was soll diese feiges Gemurmel? Nur weil ihr drei generell so schwach seid, müssen wir anderen so hart arbeiten. Und trotzdem wird euch die Ehre zuteil, dieses Mädchen zu töten zu dürfen. Wie sehr ich mich danach sehne, diese Pflicht für euch zu übernehmen zu dürfen? Grrrr, weiter, du halmtückisches Schwein. Wie war das? Ist dies die Art und Weise, in der ihr einen ehemaligen General dieses Reiches ansprechen wagt? Nur falls ihr es vergessen habt, auch ich bin ein General. Mein Rang ist derselbe wie der eure. Du Schorke, man hat dich aus der Armee ausgeschlossen, weil du Zivilisten misshandelt hast. Welche Lügen hast du ausgespielen, dass man dir Gnade gewährt und dich wieder eingesetzt hat? Unser geliebter Imperator fühlte, dass meine Fähigkeiten von Nöten waren. Und sein Wort ist Gesetz. Seine Majestät hat sich in mein aufrichtiges und unerschütterliches Dankbarkeit verdient. Und dann seid da noch ihr drei. Danelle, Selena und ihr. Ihr drei habt immer wieder bewiesen, dass ihr umzuverlässig seid. Wir wurden auf den Plan gerufen, um diese Löcher zu stopfen. Versteht ihr? Ihr solltet mir dankbar sein, Klen. Weiter, wenn ihr es wagt, meinen Bruder noch einmal zu beleidigen. Was dann, Komag? Was würdet ihr tun, wenn ich es wage? Würdet ihr gegen mich kämpfen? Hier! Ihr würdet also solche Treulosigkeit vor euren Imperator zur Schau stellen? Bleibt ruhig, Komag. Wir sind die Männer seiner Majestät. Wir werden seinen Befehlen voll der Ehre Folge leisten. Merkt euch meine Worte weiter. Euer Verbrechen sind weder vergessen noch vergeben. Hm. Prinz Ines, was meint ihr? Könnt ihr weitermachen? Ja, selbstverständlich. Klappst du etwa, dies würde reichen, um mich zum Aufgeben zu zwingen? Allerdings bin ich überrascht, dass der Söldner nicht schon längst den Schwanz eingezogen haben und geflohen sind. Pah, wisst ihr? Gierils Söldner erhielten ihren Namen durch mich. Gierig. Ich bin hier der Ober, das Oberhaupt. Will dich aufgeben, während unsere Auftragsgeber weiterkämpft. Würden sie nach einem neuen Namen verlangen. Könnt ihr mir folgen? Also, wie lautet der Plan? Genauso wie sovor. Wir verbleiben umzingelt. Sie werden uns nicht erlauben, einfach von hier hervor zu spazieren. Ich habe einen Boden mit einem Hilferuf losgeschickt. Doch selbst auf den Rücken eines Pegasus ist Frelia mehrere Tage von hier entfernt. Von ihm können wir keine Hilfe erwarten. Das heißt, wir werden unsere Gültel enger schneiden und überleben, ja? Oder würdet ihr lieber diesen Ort hinter euch lassen und in Frieden ruhen? Mich ergeben, ich bin der Prinz von Frelia. Ich kenne die Bedeutung dieses Wortes nicht. Das Schicksal der Welt liegt auf meinen Schultern. Und ich werde nach Yanana gelangen. Selbst wenn ich auf allen Vieren kriechen muss, um dies zu bewerkstelligen. Jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Wenn ihr solche Entschlossenheit zeigt, werden wir vielleicht ein wenig länger anleben bleiben. Hey Chef, Prinz! Was ist los, Tiertus? Ich bringe eine schlechte Nachricht. Und eine noch schlechtere Nachricht. Wie lautet die schlechte Nachricht? Wir haben keine Waffen mehr in Reserve. Was ihr in Händen haltet, ist alles, was uns noch bleibt. Weil diese nicht mehr sind, bleiben uns nur noch unsere blanken Fäuste. Das ist eine schlechte Nachricht. Nun, wie lautet die schlechtere Nachricht? Sie haben sich in Bewegung gesetzt. Sie werden wieder angreifen. Es scheitert, als wären diesmal alle Truppen mobilisiert worden. Gut, ihr zwei, ihr seid hier fertig. Entlassen. Gefeuert, was auch immer. Ihr könnt euch ergeben oder flüchten. Die Wahl liegt bei euch. Was? Ich bin derjenige, hinter denen sie her sind. Legt eure Waffen wieder und ihr werdet diesen Ort lebend verlassen. Ich brauche euch hier nicht mehr. Ihr würdet mir nur im Weg stehen. Wer weiß, ihr lausigen Sölderlinge würdet mich vermutlich noch verraten. Jetzt mal schön langsam, dass es nicht wahr ist. Ihr wisst das. Ruhig, Cheetos. Hey, Brin, was habt ihr nun vor? Ich werde mich selbst irgendwie durchschlagen. Ich werde in den Süden durchbrechen und in die Berge fliehen. Das wird nicht leicht sein. Wie habt ihr vor, dies zu bewerkstelligen? Das werde ich dir sicher nicht verraten. Ich kann ja nicht wissen, wann du vorhast, mich zu verraten. Wacht schon, verschwindet von hier. Ich erledige das lieber allein. Das klingt so, als würdet ihr uns sicherstellen, weil ihr für der einzige Mann seid, der hier und heute sein Leben lassen muss. Na, ich habe nicht die Absicht zu sterben. Aber die Hoffnung auf Verstärkung, die uns zu Hilfe eilen wird, kann ich mit Sicherheit abschreiben. Du und ich, wir haben nichts gemeinsam. Du bist ein Gemeiner, ich... Äh, was? Du bist ein Söldner, ich bin Frelias, äh, Thronerbe. Wir von Nobel und Blut rücken uns nicht vor der Verantwortung, in die wir geboren wurden. Oh, wartet ihr noch? Ihr könnt gehen. Gut gespielt, Milord. Schon immer liebte ich das Milodrama, das Mysterium. Nach dieser gelungenen Vorstellung kann ich euch nicht in Stich lassen. Ich bleibe bei euch, bis zum Ende. Bis zum... Was redest du denn da? Du wagst es, die Befehle des Mannes zu missachten, der für den Söld aufkommt? Äh, Titus, ich will, dass du gehst und dich ergibst. Wir bringen meine Grüße an Evan und Marissa. Seid nicht lächerlich, ich werde nirgends so hingehen. Würdet ihr beide nun bitte endlich damit aufhören, euch wie solche Männer zu benehmen? Und was euch betrifft, ihr habt uns bereits gefeuert. Ihr könnt uns nicht befehlen, jetzt zu verschwinden. Unglaublich. Ihr Leute wagt es euch selbst, noch Söldner zu schimpfen. Ich dachte, ihr werdet für Geld kämpfen, nicht für eure Ehre. Tja, das ist eigentlich eine der Regeln. Das macht uns wohl zu ziemlich lausigen Söldner. Hä? Und jetzt lasst uns nachdenken, wir müssen uns einen Plan ersinnen. Der ist uns allen erlaubt, dem von hier zu entkommen. Man sagt, ihr werdet ein guter Strakkege. Daher nehme ich an, dass ich so schnell nicht sterben werde. Sag doch uns, was wir tun sollen, Prinz. Wir werden eure Befehle befolgen. Hm, nun gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Um zu vermeiden, dass wir mit Pfeilen gespickt werden. Ähm, sagt Prinz, wenn durch irgendein Wunder doch noch Hilfe eintreffen würde. Aus welcher Richtung würden sie wohl kommen? Aus den Norden, aber darauf besteht wenig. Das ist keine Hoffnung. Selbst wenn Frelia uns Hilfe schicken würde, würden sie nicht vor... Dies könnte gute Nachrichten sein. Andererseits könnten es euch auch noch mehr schlechte Nachrichten sein. Da, auch in den nördlichen Bergfahrt. Da kommt jemand. Oh yes. Prinz Ines. Prinzessin Eirica. Der Prinzessin von der Armee, der Händler von Grand Sion umzingelt. Es scheint zahlenmäßig stark unterlegen zu sein. Ich bezweifle, dass er noch viel länger aushalten wird. Das kann ich sehen. Beeilen wir uns. Oh, da war jetzt viel zu lesen, Leute. Aber jetzt können wir eigentlich anfangen. Wie viel kann man mitnehmen? Zwölf. Okay. Vielleicht kostet man eine Pause, denn der ist schon so stark. Hm. Aber dann haben wir keinen anderen Axtkämpfer. Das ist dann auch schlecht. Ähm, oh. Set wäre sogar drin. Ne, Set kommt mal raus. Ja. Hm. 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 Ja. Die Wichtige sind alles schon drinnen. Wo brauche ich rauszukommen? Warum nicht über Nachdenken rauszunehmen? Achso, Amelia muss sein. Aber das ist mein Team voll. Und Franz darf auch immer wieder mitmachen. Perfekt. Ich muss nur aufpassen. Ich möchte natürlich nicht, dass sie stirbt. Aber ich will sie jetzt auch ein bisschen trainieren. Von daher, gucken wir mal. Waffen habe ich ihr ja gegeben. Genau. Und sonst. Gucken wir mal die Waffen durch. Oder die Gegenstände. Ja, 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 ja. Hm. Ja. Das ist so in Ordnung, würde ich sagen. Wie gesagt, die beiden nur so, wenn ich jetzt zum Beispiel 14 mitnehmen könnte, dann würde ich die beiden vielleicht noch mitnehmen. Und seit ist auch nur so, so eine Art geheimen Waffe. Gut. Brauchen nix, brauchen nix. Speichern mal. Dann fangen wir an. So. Und die sind hier. Das ist er, er ist ein Geselltener. Ein Heldenszüerde. Das ist schon mal gut. Schwert. Kampf. Okay. Ich habe noch keinen Geselltener für mein Team, oder? Oh, das ist eine Tänzerin. Göttin. Ich habe noch zwei Punkte, okay. Tänzer sind auch cool. Und hier haben wir unseren Prinzen. Ah, er ist ein Scharfschützer. Das sind alles drei coole Einheiten. Die würde ich gerne mein Team nehmen. Also ich muss mal, ich bekomme sie schon danach. Vielleicht. Ich würde hier echt, wenn ich alle bekomme, würde ich alle mein Kampfteam nehmen, glaube ich. Ich würde jetzt mal coole Einheiten. Auf jeden Fall. Silberbogen hast du sogar schon. Und Bogen der WA. Was hast du noch? Entschuldigung, ich habe jetzt zu viel Nachgucker. Schnee-Juwetra verkaufen. 10.000, okay. Gut. Oh Gott, das hat einen ganzen Partik dauernd. Und ich sehe, unten ist ein Kolosseum. Das heißt, wir könnten da wieder ein bisschen trainieren. Das ist ja sehr gut. Ah, das ist Pablo, dieser Typ. Oh, der hat wieder Dings. Äh, noch einen Nice-Stern. Perfekt. Künstlichkeit. Oh, das war ein starker Zauber. Das ist auch ein weiser. Ah, okay. Okay, okay. Oh Gott, wie viele sind denn hier unten noch? Wer ist das? Achso. Marissa. Oder Marissa? Ja, ne, doch. Marissa. Okay. Interessant. Miami-Done, der will 5. Sonst noch was? Was sollte noch liegen? Was sollte noch liegen? Okay. Sozusagen was, jemand Besonderes hier? Ich glaube nicht, oder? Ah, seht ihr? Miami-Done. Ich habe schon wieder die Vermutung, die ich auch in mein Team bekommen könnte. Nicht unbedingt sieht nicht so böse aus. Und, ja, wie schon gesagt. Einheiten, die Namen haben. Also der Boss, was er ist. Kann man meistens ins Team holen. Hm, sehr cool. Aber gut, das sehen wir beim nächsten Mal. Weil, ähm, ich bände erstmal den Part und dann schauen wir mal, wie wir den Prinzen retten können. Und, ja, das sieht auf jeden Fall in einer heftigen Schlacht aus. Na gut. Ich würde sagen, dann schau und bis zum nächsten Mal.